Hey Freunde und Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von WhatTheHan Hauptaufgaben rechnen die Arena Liga 2 Gehen wir eine Kiste 70 Gold, dreimal den Blitz 18 mal Alkoholiks und 8 mal den Alltäglichen Joe und noch 3 mal Luzi, das ist doch nice Den müssen wir auf jeden Fall verbessern, die gewinnen 3 Kämpfe auf der Karte ineinander, 50 Gold 5 Kämpfe auf der Karte hintereinander gewinnen, gibt's 100 Gold und 10 Kämpfe in der Karte hintereinander gewinnen, gibt's 150 Gold Na los Dann haben wir da nochmal, Mr. Hochnase, ok der ist neu Angespringt zwischen 3 Feinden Ein Ricochet, auch nur Level 1, nice, das haben wir hier, kleiner Tina Ein dicker Tank, mit 1355 Leben Auch jetzt Mein Blitz ist jetzt schon ziemlich mächtig Ich kann auf jeden Fall den Den Mage von dem Easy killen Hat der einen Blitz dabei? Habe ich jetzt nicht gesehen Wenn der komische Mage kommt, dann kriegt der jetzt auf die Ome Ich werde super weit zurückgestoßen So, da springt der Angriff zwischen 3 Gene hin und her Den wir jetzt schon mal killen können, das ist gut So, jetzt weiter dicker Tank, genauso wie ich den hier jetzt beschwören kann Ah, wir haben 2 Mage, das ist super Da können die nicht viel gegen machen 3 Mal Raab schon wieder Okay, nichts Interessantes, kein Zau dabei Das heißt, ich kann meine Magier ohne Probleme wieder aufstellen Ohne auf irgendwas achten zu müssen Nach was sonst? Vielleicht ja am Anfang Ich gucke, kann ich Oh, verdammte Kacke Er hat den Sniper Ja, das muss ich jetzt leider so machen Musste ich leider so machen Auch wenn es mir nicht gefällt Piu, ungenutzt Der Scharfschütze macht viel Damage Au, der hat echt wehgetan Er hat mir die Hälfte vom Dingsloch abgezogen Von meinem Tank Drei Ball Butts Das hat Aua gemacht So, und die Nummer 30 Dann gibt es eine Goldkiste Kein Magier Sehr schön Kein Magier, kein Scharfschütze Das freut mich Das freut mich Na, gleich Magier hinterher Patsch Piu, das war ein sehr, sehr effizienter Blitz Das war ein zweites Magier noch Autsch Autsch Du kleiner Achso, vielleicht ist das auch ein Skill Das Schneckentempo, ja, ne Das ist ein Skill Wenn mein Dings explodiert, dann macht er die langsamer Okay Eine Goldkiste 39 Münzen 20 Erfahrung 12 Ball Butts Und 4 Opa Arkinson Und auf zum nächsten Na, jetzt haben wir ja in der letzten Folge schon einmal hier rüber geswitcht Hier geht es glaube ich nicht mehr rüber, genau, das ist nämlich ein anderes Kapitel Da muss man dann wieder die Henne betätigen So, gewinne 5 Pateinander, gibt es nochmal 100 Gold Wo ist denn der nächste Progress, den ich hier habe? Was haben wir denn hier bei Ende Mission, ne Hier erreicht die Arena Läger 5 Gewinne eine Clan-Truhe, sammle einen legendären Helden Bei Ende Mission 100 Erreicht Level 5 Gestalte deine Beschwörer Verdiene 1000 Edelsteine Das muss dann eine ultra, hyper, mega, epische Truhe sein, oder? Das ist immer eine seltene Truhe, lol Wie schlecht Wie schlecht, wie schlecht Was ist denn in der Rare Chest drin? Daily Chest haben wir eine Chance auf legendäre Truhe von, äh, legendäre Karte 0,05% Das ist also fast gar nichts, ne Kommt man 100% Okay, das hat keinen Sinn Eigentlich müsste alles insgesamt auf 100% kommen Ach ne, die Common Daily Chest Ach, keine Ahnung Da haben wir die seltene, die, äh, Epic Chest Okay, das habe ich nicht Achso, wahrscheinlich ist das zusätzlich, oder? Das ist ja dieses, diese Karte enthält mindestens das und das Maybe Ein Balbat 154 Leben und 3 Angriff Nehmen wir nochmal mit Auf geht's zum nächsten Leider wieder ein Blitz auf Level 4 204 Angriff 162 Leben Wird ihn also töten Ah, jei, jei, jei Der zittert mit dem Bogen. Das ist super. Ein Blitz rausgebetet. Los ihr kleinen Gobos. Hätten wir nicht alle meine Gobos jetzt gekillen können? Oh, vorderneben gehauen. Drei kindische Bobas. Die Truhe ist leider nicht so viel. Schon wieder ein Zauber. Und auch Magier. Flaming Q Koala. Flaming Koala. Muss doch nicht sein, ne? Okay, der darf in der Tat schon wieder ein bisschen mehr. Ich muss euch noch einen zweiten Tank holen. Der da? Au! Das darf der gar nicht. Piu! Patsch! Umgenutzt. Drei Ballbutts! Sooo! Level 3. Oh! 228. Ne, 205 Leben waren. Ah! Das war meine Absicht, Alter. Das ist doch sowas von meine Absicht. Oh, Mann, ey! Geh mir keiner erzählen, dass das keine Absicht ist. Definitiv alles so gewollt. Dass das viel mit einem Leben überlebt. Bei mir leider dummerweise nicht, ne? Weil mein Dings ist noch Level 2. Keiner bringt mir das von nichts. Ja, ja, ja. Keiner Wichser, ja. Wie ich sowas hasse. Mit einem Leben überlebt. Mit einem Leben überlebt. Wie hab ich den in der Hände getroffen? Hä? Hä? Hm. 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 Gekehlt. In drei Meinungsleiter mal. Die mir leider überhaupt nichts mehr bringt. Weil nicht mehr in meinem Team. Holzschiff, Mono, 3.600 Leben. Macht man die ganze Zeit schon, oder? Alle Fernkampfer fokussieren sich auf dieses Ziel. Oh, interessant. Ein Taunt. Tank, 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 tank. Ah, ja. Vier Tanks. Na gut, er ist jetzt kein Tank, ist ein Fernkampfer. Drei Tanks. Aber, wieder kein Zauber. Aber da diese Tanky sind vorbei, wenn sie so Tanky sind. Egal, komm mit. Die haben eigentlich kein Damage, um einen Dings Instanz zu kennen. Ach, verdammt nochmal. Gut, vier Mana bisher verschwindet, das ist sehr ärgerlich. Patsch. Ah, war langsam. Sehr, sehr nice. Hat der Kännische Käfer nicht vorher viel gekostet? Ist ja teurer geworden. Ich meine, mich erinnern zu können, dass er nur viel gekostet hat. Naja. 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 Puh. Alter. Ich krieg' ich auch immer wieder öfter, oder? Ich werd' mal wieder Putzi nehmen. Alter, rote Rosi, 598 Angriff. Schnell und sehr schnell. Irgendwie weniger scheinende Beschwerer zu Beschwerer, Liebhaber. Puh, okay. Also muss ich meinen Blitz eigentlich aufheben, bis beide am Start sind, der Magier und sie. Wobei wir in der Strotflinte, wenn die Strotflinte vorher da ist, dann würde ich das Ding, denke ich mal auf die entzünden. Kann ich eigentlich nicht. Ich muss das machen. Ja, ja, natürlich. Sonst würde der zu viel Schaden krassieren, der ist eh schon fast tot. Lass uns den zweiten Tank holen. Naja, der war nutzlos. Denke ich. Oder? Patsch. Na doch nicht. War ganz okay. Alter, was ist denn mit dem los? Wie schnell der angreift. Holy shit. Guckt euch das an. Geile Chance gegen den, Alter. Holy moly. Naja, natürlich noch einen schönen Ranger mit dahinter. Verdammt. Der war schon tot. Alter, wie soll ich denn gegen die kämpfen, man? Holy shit. Ja, genial. Ey, guckt euch den Speed an. WTF? WTF? Ist das lächerlich? Ja, natürlich. Mein Ding ist sofort natürlich interrupted, ne? Schön 10 Kämpfe in den anderen gewinnen. Ich glaube, ich hätte noch einen gebraucht. Danke, du verdammter Bastard, Alter. Du bist so ein feiges Stück Dreck ohne Witz, ey. Ja, ja, ja. Na, wieder Coop für 10.000 Euro oder so? Okay, egal, Folge ist eh rum. Ja, Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.